Hi, ich bin Mila und mein magisches Haustier Morphel kann sich in alles verwandeln, was ich will. Morphel, verwandle dich in einen Ball. Ich wünschte, ich könnte mich auch in lustige Sachen verwandeln. Ich habe eine Idee. Glitterbott kann uns auch in magische Haustiere verwandeln. Wow, kannst du uns in Morphel verwandeln? Spielen wir ein Spiel. Wer am höchsten springt, gewinnt. Mach ihn zu Morphel. Was? Ah, super. Hubschrauber verwandeln. Wow, wow. Hey, Morphel gewinnt. Wow, wow. Das kann nicht gut sein. Folgen wir ihnen. Das ist nicht leicht. Wow, verwandel dich in ein Flugzeug, April. Wow. Morphel, verwandel dich in ein großes Kissen. Ha. Hüpfball verwandeln. Keine Sorge, Bauarbeiter. Ich bin hier, um zu helfen. Schnell, Morphel. Verwandle dich in mein Flugzeug. Folgen wir Orphel und dem Hüpfball wieder. Brandauto verwandeln. Nein, ich will diesmal ein Roboter sein. Äh, ups. Sorry. Ich habe eine andere Idee, um ihn zu fangen. Lass uns zusammenarbeiten. Morphel, verwandel dich in einen Käfig. Nicht in meiner Stadt. Nein! Juhu, wir haben es geschafft. Ihr beide habt viel Ärger in der Stadt gemacht. Oh, tut mir leid, Mila und Morphel. Ich sollte kein Morphel mehr sein. Kannst du uns zurück verwandeln, Glitterpott? Nein! Ich hatte doch so viel Spaß. Ah, Bucky. Es war lustig. Aber ein Morphel zu sein, ist schwer. Ich bin froh, wieder ich selbst zu sein. Es kann nur einen Morphel geben und eine April. Und ich habe euch beide lieb. Dokete. Ok. Ok. Untertitelung des ZDF, 2020